Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 4. In unserem Zimmer gehen wir noch den Mittagern ansehen. Ja! Es ist Mitternacht. Ne, wird es aufgezogen. Niemand erscheint im Midnight Channel. Da Nanako gerettet wurde. Naoko. Ich dachte, er heißt Naoto. Naoto gerettet wurde, konnte in der Mord diesmal verhindert werden. Sogar das Spiel weiß nicht, wie sie heißt. Währenddessen im nebligen Shoppingviertel. Verdammt, schon wieder. Schon wieder keine Leiche, was? Pech gehabt. Seht ihr jetzt besser? Ja, danke allen von euch. Ich möchte euch wieder einmal bedanken, was passiert. Sie werden es sagen. Aber hey, deine Uniform. Huh? Ah, ja. Nachdem ich das Thema beteiligt habe, habe ich mit dem, was ich so weit bin. Keine 필요hle, dass du das... Hey, es ist der Detective Prinz. Das ist kein Prinz. Ich habe gehört, dass er eine Frau ist. Huh? Du bist wirklich? Wenn er eine Frau ist, dann... Oh, crap! Aw, ich bin ein bisschen entspricht. Aber dann wieder, da gibt es etwas Neid über es. Ja, wenn du es in eine bestimmte Weise schauen, sieht nicht, dass sie ziemlich cool sind? Oh, my, my. Rumor spread so quickly. Yes, I'm myself, right? That aside, I'd like to discuss the case with you all. We're dealing with a kidnap and murder case perpetrated by someone lurking in this very town. And it isn't over yet. Let's go over the finer points after school. Juno's footcourt. First, I heard the doorbell ring. But when I opened the front door, I saw no one there. Just as alarm bells sounded in my mind, someone grabbed me roughly from behind and covered my mouth with something. Immediately afterward, I was put into something like a sack and most likely carried on the culprit's shoulder. Wow, how could you remember all that? The culprit seems to have used a chemical to incapacitate me, but luckily I wasn't completely unconscious. I had been expecting a trick along those lines, so I was somewhat prepared. And of course, I was desperate to gather as much information as I could. Judging by their actions and body type, I'd say the culprit is definitely a man. I heard no conversations or voices, so I believe he is acting alone. It's after that that things get murky. I felt a single impact, which I assume is when I was thrown inside the TV. But the time from kidnapping to that point seemed too short. It was a matter of minutes. So you were immediately thrown inside the TV after being kidnapped. Oh, could there have been a TV on the side of the road? Regrettably, my memory from there on is a blur. I see. But man, the killer came right up to the door and rang the bell. That's just crazy. I finally understand why you all testified that you couldn't recall much of what happened. Such a bizarre experience, with mental and physical fatigue on top of it. It's only natural to be confused. And going by the surrounding circumstances, my kidnapping and everyone else's were near identical. There is no question that the culprit is the same in each case. So, that Mitsuo boy who said he killed King Moron... Everything makes sense now. I can't say for sure until I gather more concrete evidence. But Mitsuo Kubo's only victim was Mr. Morooka. It was a copycat killing that mimicked the true culprit's method. No wonder King Moron's death broke the pattern in so many ways. The question remains, though, as to how Kubo learned of that world. That's it! That's what was bothering me! Mitsuo could enter the TV, right? Then why didn't he kill King Moron that way? I believe he didn't understand the other world as well as the true culprit. Even though I can now enter it myself, it wouldn't occur to me to use it for murder. And remember, the previous corpses left no sign that their deaths had anything to do with the other world. After Kubo became wanted, leaving him with nowhere to run, he probably thought for the first time, what if I put my entire body into the TV? The bizarre condition of the corpses that caused such commotion is probably because they died on the other side. It's a simpler explanation than figuring out why the killer would risk disposing of the bodies in such a way. Which means their inexplicable condition of being hung on a foggy day wasn't due to the culprit making a statement. Much of our speculation could be tested if we could ask Kubo in person. However, I've unfortunately been taken off the investigation, and I highly doubt that the police will believe any of this. They wouldn't admit that it wasn't Mitsuho in the first place. Once you've said something on TV, it's not easy to admit you were wrong. I believe the primary cause of my dismissal was because I raised that possibility to them. The police won't readily concede that they made false charges, all the more so if the accused is a juvenile. In fact, the overwhelming sentiment with the police force is to end this case with his arrest. Even if it's possible there's another killer? Those dickheads. I had a feeling that would be the case. Not that I trusted them in the first place. But, uh, Naoto, if you were that calm when it happened to you, couldn't you have, you know... I'm not saying you should have caught him, but isn't it kind of sad for an ace detective to go down that easily? Um, um... To tell you the truth, I was really scared. I'm sorry. It can't be helped. None of us could resist the culprit either. Don't forget, Naoto-kun is younger than us, and she's a girl. Oh, yeah, that's true. I keep forgetting when I see her talking like this. You know, Naoto? What is it? You got balls. Regardless, I have no doubt that the culprit will continue with his attacks. We can only watch and wait for him to make the next move. But this is no longer a mere job or someone else's affair. I want to know the truth of why we were targeted. Please allow me to join your effort. Thank you very much. I'll do my best, Leader. Naoto ist der Gruppe beigetreten. Sie wird euch garantiert dabei helfen, den Fall zu lösen. Der Social Link-Untersuchungsthema hat Stufe 8 erreicht. Since I'm the king of the geniuses, I knew it would work out this way. Ta-da! Now Chan's glasses. Der wahre Schuldige ist noch, ist immer noch auf freiem Fuß. Hermann können die nur auf den seinen nächsten Zug warten. Oh, welcome back! Excuse me. Jetzt haben wir... Keine Freizeit mehr, Mann! Äh... Ein Tierarzt oder was? Es ist. Und ich dachte, es wäre eine gute Idee für die resten von uns zu bekommen, wie wir die Check-Ups haben. Wir sollten sehen, ob die Fog hier oder die Kraft, die wir haben, hat einen negativen Effekt auf unsere Gesundheit gehabt. Als Sie alle auf der anderen Seite waren, viel länger als ich habe, Sie sollten definitiv sein, dass Sie sich beobachten. Negativen Effekt? Nicht schiefen Sachen auf uns, wie es nichts ist. Aber... Ja, ich... Ich habe noch nie gedacht, dass ich das. Auf Nautos Empfehlung, geht ihr nach der Schule zum Krankenhaus. Alle haben sich in einem Krankenhaus, das Naoto empfohlen hat, gründlich untersuchen lassen. Ich bin sehr entschuldig für den Moment. Ich bin sehr entschuldig für den Moment. Also, haben sie etwas über Teddy herausgelegt? Sie haben, ja. Sie haben herausgelegt, dass sie nichts über ihn nicht erzählen. Ich habe sogar einen X-Rey genommen, aber nichts kam auf den Moment. Nichts, wie viele Mal sie versucht haben, es immer zu blühen, zu lesen. Sie haben, dass sie nicht sehen, dass sie nicht sehen, dass sie nicht sehen, dass er perfekt ist. Sie haben, dass die Maschine nicht funktionieren können. Sie haben mir gesagt, dass sie einen anderen Krankenhaus versuchen, wenn wir noch nicht über ihn beschäftigen. Ich fühle mich schlecht, dass sie durch das alles durchgehen können. Also, er ist anders. Oh, mein Gott. Was soll ich machen? Sie haben sich ein Blick auf alles in mir gesehen. Ja, Schadens sind all Personas. Um, I can't really explain. I performed my own research after the incident. Persona and shadow are common psychological terms. Of course, the ones we are familiar with don't quite fit those definitions. This is what was written in an unofficial project document that I happen to come across. A shadow is suppressed power, and when controlled by one's ego, it becomes a persona. It becomes a persona? What does that mean? They're basically the same thing? Then again, all those shadows we beat the shit out of did turn into personas. Who cares about the details? It doesn't matter what they are. If they get in our way, I'll crush them. Still, I couldn't find any information on how they're related to the other world. There's so much stuff about us that we don't have a clue about. There's some things we do know, though. Mm-hmm. I got a bunch of awesome data with me. It's kinda embarrassing that I'm the only one who had personal details shown to the world, so... Ta-da! Nowadays, information wants to be free. Therefore, I'll break the ice by announcing the results of everyone's physical exams. What?! No, you won't! Give them to me now! Ooh! First place in the shortest legs division is... Huh. Who would have guessed? It's not me, is it? Hey, what kind of things did they examine, anyway? Look, if you're gonna blab at all, you might as well tell us the girls' measurements. What?! Are you a complete metter, moron?! Sure, go right ahead. My profile's been public knowledge for ages. Oh, but my bus size is two centimeters smaller than they print. My agency insisted. No! Don't say mine! Aw, I bet guys won't care what size you are, senpai. And having modestly sized breasts like yours would definitely make it easier to wear a kimono. What?! Oh yeah, Nalto Kun's in here too, huh? Um, let's see. Nalto Kun's is... Huh? I'm not seeing Kun. Is this... for real? Wait, isn't this measured, Ron? Anyways... The important thing is that according to the examination results, nothing's wrong with our health. So we won't be needing these anymore. I'm going to go shred them. Uh, well, thank goodness everyone's healthy. You, you're right. Let's go home. After all that, they found out nothing about me. I wonder what I really am. Yeah, thanks, Sensei. Okay. Teddy sieht sich dankbar an. Der Social Link Teddy hat Stufe 6 erreicht. Der Wille von Teddy in Herzen ziehen bedeutet das auch seine Persona. Ahh, so hitaa rien. sizi Mama IU, deinen Beginnel of the Is this really Irish or the person thocar呢? My health mute is a little bit better. Ah, hehehe, not at all this man. Uh existe there. Och... Wir können einfach Auferstehungspirlen kaufen. Willkommen zurück. Zwischenprüfung fangen nächsten Freitag an. Lernen? Ja, komm. Ich war letztes Mal Klassenbester. Wie ist zu lernen? Das darf doch nicht wahr sein. Aber gut, es regnet nur morgens. Okay. Guten Morgen, Senpai. Nächsten Freitag beginnen die Prüfungen, aber ich kann mich einfach nicht auf die Schule konzentrieren. Der wahre Killer ist noch da draußen und nur wir wissen das. Wenn wir nicht handeln, wird der Fall nie gelöst. Ich will auch nicht lernen, komm. Das ist nicht gut. Wenn du schlechtere Noten bekommst, schöpft Dojima-san vielleicht Verdacht. Bitte gib an den Prüfungen der Beste, sondern für als Willens. Wie dem auch sei, wir können nur warten, bis der Täter den nächsten Zug macht. Wir dürfen auch den Midnight-Channel nicht aus den Augen lassen. Dies ist ein entscheidender Moment. Und morgen zusammen. Wisst ihr was? Ende des Tages starten die Prüfungen, nicht wahr? Hoffentlich spielt niemand mehr mit den Vogelstrauß und treibt Unfug anstatt zu lernen. Ach, Quatsch. Warum sage ich Vogelstrauß? Weil das eine geläufige Metapher für jemanden ist, der unbequeme Wahrheit meidet. Sie stammt von dem Irrglauben, dass der Vogelstrauß bei Gefahr seinen Kopf in den Sand steckt. Er sich in Sicherheit wiegt, weil er das Problem nicht sieht, begeht Realitätsflucht. Werde nicht zum Vogelstrauß. Es gibt aber noch einen anderen Vogel, der mit Feigeil verbunden wird. Lass hören, Narukami. Ein Huhn. Oder? Also zumindest, man sagt ja feiges Huhn. Ja genau, sagt mir, welcher Vogel als Feige bezeichnet wird, das Huhn. Weil es eine richtige Antwort gegeben zu haben. Ja, das stimmt. Chicken ist auf Englisch gleichbedeutend mit Coward, was Feigling bedeutet. Dafür gibt es viele mögliche Gründe. Kennt ihr das, wenn man vor Angst eine Gänsehaut bekommt? Die sieht wie die Haut eines fehlerlosen Huhns aus. Halt, aber warum heißt Gänsehaut dann nicht Hühnerhaut? Egal, ich will damit sagen, stellt euch den Fakten und bereitet euch auf eure Prüfungen die nächste Woche vor, dass es richtig geantwortet wird. Eigentlich müssen wir das schon gar nicht mehr lernen, wir sind doch schon weise. Ey, ist das dein Ernst? Wieso sind wir zusammen auf dem Ruf, auf einem Tag wie dieser? Ja, was ist das urgentes Geschäft, Yosuke Senpai? Gerne? Ich war beschäftigt, dass ich Flieger an Juness verhandeln habe. Hey, ich sah dich auf Mädchen, nur außerhalb der Schulegarten. War es ein Kind von Prozess im Fall? Ich brauche euch, ihr habt mich zu helfen. Ihr könnt euch nur diejenigen, die ich aufzunehmen. Könnt ihr bitte dieses Wochenende öffnen? Dieses Wochenende? Das hat nichts zu tun mit dem Event an der Inaba Police Station, das wurde verabschiedet? Was bist du? Die Idol, Konami Masita, war es zu sein, der Honorary Chief dieses Sonntag. Oh, mein Gott! Der übrige Konami kommt all den Weg nach den Boonies? Also, sie ist schon auf die Arbeit wie das? Ich habe schon gesehen, viele von ihr auf TV. Ich wusste nicht, dass sie die gleiche agency als du, Rusei-chan. Ich meine, wenn sie jetzt kommt, die Agency ist natürlich zu nutzen, die ganze Fuss über mich zu ihren Wissen. So, was ist das große Problem, dass das Kanzel ist, Yosuke-senpai? Es gab eine große Verkaufung in Juness, um den Event anzunehmen, aber jetzt ist es in den Wissen! Das ist nicht ein Wissen! Die Polizei hat sich immer für die Kanzelung anzunehmen. Mein Vater ist wirklich in der Verkaufung jetzt. Er hat so viel gearbeitet, um das Ganze zusammenzunehmen, und ich kann es nicht sehen, dass er so gut ist. Ich kann es einfach nicht wegnehmen. Ich habe gehört, dass die Polizei nicht vorbereitet für den Event, weil ich mich verletzt habe. Ich bin sorry, das ist meine Schuld. Nein, das ist nicht deine Schuld. Keine Frage, aber ja, es scheint, dass das passiert ist. Okay, also, du hast uns hier angerufen. Was willst du uns über das tun? Von der Art, wie es so aussieht, ich muss sagen, ich glaube nicht, wir können nicht so viel helfen. Ich will alle, dass ich mich mit ein paar verschiedenen Tasiken helfen kann. Ich bin Rische-San. Ich bin Rische-San. Also, wenn du, kannst du, kannst du, kannst du ein Event, Juness? Du willst, dass ich mich für Konami-San substituieren? Also, es ist kein Weg? Ist es wirklich so schlecht? Ich weiß nicht, ich kann sein, aber ich bin nur ein Part-Timer. Aber mein Vater ist sehr nett, für ein paar Worte. Ich glaube, es ist möglich, dass er sich verletzt, wenn diese Sache durchführt. Wenn das passiert, muss ich wiederholfen werden. Ich bin kein Worte. Ich bin kein Worte. Ich kann es nur ein paar Worte tun. Ich werde das mit uns tun. Ich werde es tun, wenn Sie alle mit mir sind. Was? Wait, ich weiß Idol! Es wäre problematisch, wenn die Leute versucht, mich zu bewerben. Ich bin auch. Ich habe schon ein Exklusiv-Kontrakt mit Cunex. Ich denke, Sie sind nicht über die richtigen Dinge hier. Aber wenn Sie singen, was müssen wir auf dem Spiel machen? Ich brauche eine Band, natürlich. Ich mache das sehr klar. Ich kann nicht die Prerecordationen. Woa, woa! Es gibt keine Chance, dass wir etwas wie das machen können! Ich habe eine Erfahrung zu spielen, die Keyboard. Mein Vater sagte, dass ich die Piano-Lessons als ich kleiner war. Ich habe eine, die ich auch bringe. Du bist für das? Dieser Fall ist ein Ergebnis meiner Aktion, nachher. Ich werde alles, was ich kann, um zu helfen. Naoto, danke. Wenn es Musik braucht, habe ich eine Gitarre. Ich habe es nicht wirklich gesehen. Oh, ich habe eine Gitarre. 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 und find a place to practice got it try to pick an easy one okay alright now that this is happening I'm getting fired up about it let's go ask if we can borrow the music room it's cool so what are we gonna do with these okay good we'll be talking about the next one we'll be personal 4 und ciao